Los geht's. Okay, Raum finden. Wichtigste. Salz, Wasser, Kruzifix, Jennifer Thompson, alleine. Alleine, sehr geil. Was prison ist, ne? Also es ist erstmal nichts, was wir mitnehmen. Kopfkamera. Erstmal nur zu suchen. Ja, mehr Thermometer, oder wer hat kein Thermometer, eher gesagt? Ich hab keinen. Ich glaub, sonst hab ich nichts. So, wer traut sich alleine rumzulaufen? Du! Du findest doch eh wieder zwei Sekunden den Raum. Danke, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Ehre. Gerne. Ja, muss ihm. Es läuft einfach jeder alleine rum. Jeder alleine? Jeder alleine, aber da, Schein hat doch Angst, oder? Hab ich gehört. Schein hat doch ein dickes Eier vorhanden, hat er gesagt. Das letzte Mal ging das doch auch. Da hab ich sogar die Türen aufgemacht, als er geahntet hat. Ja, aber dicke Eier haben und geisteskrank sein, das ist ein Unterschied. Was sind wir? Ja. Ja. Ist jemand hochgegangen? Ist jemand hochgegangen? Ich bin auf dem Weg. Ich bin oben. Ähm. Mit EMF und, äh, Thermometer. Ich hör die ganze Zeit Sounds. Äh, ist 11 Grad gut? 11, 11 Grad ist gut, ja? Also hast du den Raum schon gefunden, oder was? Äh, auf einmal sind es mehr als 11 Grad. Es ist irgendwo unten, ich weiß noch nicht genau wo. Es ist ja gut, dass das Gefängnis so klein ist, wenn es irgendwo unten ist. Hab gefunden, hab gefunden, hab gefunden. Wo? Einfach, äh, den Eingangsbereich geradeaus durch die große Tür. Und dann links, und dann die erste wieder links, das Thermometer liegt davor. Okay. Wie heißt der Geist jetzt noch? Thompson. Wie bitte noch? Ich hab nur Thompson mir gemerkt. Wie bitte? Ha, 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 ha. Wie, ich hab das geschrùnt. Wie bitte? Non. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, va, va, va. Wir haben Gefriertemperaturen auf jeden Fall Ja Wir haben auch Fingerabdrücke Fotokamera liegt im Raum davor Fingerabdrücke eintragen Ja, wie viel EMF? EMF 2 Hier guck mal, ich werf hier mal in die Kamera hin Ich nimm hier mal Und mach davon mal einen Pull Siehst du? Die Handabflug Ja, ja, sehr gut Ja Also Fingerabdrücke und Gefrier, ja Hört man mich? Ja Fingerabdrücke und Gefrier Ok Schreib ins Buch Oh Kannst du mir die Fotokamera Du warst nackt und so Oh fuck Ja Schein die Alte ist an mir vorbeigelaufen auf dem Weg zu dir Ich bin Ja Easy Ja, ich hab sie minimal gesehen Es ist nur an mir vorbeigelaufen Direkt Seht ihr Orbs? Also ich bring noch ne Kamera mit, weil in der einen Kamera sieht man keine Orbs Bist du hier irgendwo? Gib mir ein Zeichen Gib ihm ein Zeichen Gib ihm ein Zeichen Sprich zu mir Schreib ins Buch Spiel Tetris mit mir Sag hallo wie gehts? Lisa Clark Thompson Lisa Thompson Jennifer 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 Thompson Möchtest du hier irgendwo? Sie hat das Buch weggekickt Ich glaub sie ist wütend auf Schein, aber EMF ist nur 3 oder? Ja Das ist echt witzig, ein Schein so mehr oder weniger hinter Gitter zu sehen Das ist wie so ein Tier im Zoo Na hier Na ja Willst du hier happy happy? Hinter dir Hi Hi mein Schatz Nett Einmal hab ich den Geist fotografiert wie asozial Ich hab noch ne Kamera aufges- Ja wie wärs wenn du mal mir ein Zeichen gibst Sprich zu mir Sprich zu mir, schreib ins Buch Anscheinend magst du mich Schreib ins Buch Lisa Thompson Wo bist du? Wo bist du? Schreib ins Buch Wo bist du? Ich nehm noch ein Wo bist du? Schreib ins Buch Wo bist du? Ich hab nur ein zweites Buch hier hingedickt, ok Ähm Wo bist du? Ich bin im Nachbarraum Bist du hier irgendwo? Ja im Nachbarraum Ja das Buch hast du erkannt Super Jetzt schreib doch mal rein Na Wird bestimmt Orbs sein Schreib ins Buch Komm mal raus lass die mal Orbs checken Verdammt IMF wie viel? Wir haben 4 Also ich hab bisher keine Orbs gesehen Ich bin jetzt auch wieder drin Entschuldigung Wir gehen eher von IMF aus würde ich behaupten Weil das ist schon 4 Hat einer z.B. bei den Kickloss 3 Sind sie überhaupt? Nö Gespenst und Banshee Die noch Sie greift an Lass die ruhig da vorne stehen Ey die geht auf jeden Fall auf den schwarzen Ich bin sicher Also als ob die auf den schönen blonden shop hier geht Guckt mich an wie hübsch ich bin Guckt mich an wie hübsch ich bin Das war wirklich Die noch mal MF ist 5 Ja, alles klar, wir können gehen Ja, wir müssen noch die Sachen erledigen Wer ist denn noch? Crucifix und Waschbecken Verdammt! Ist das mit dem Salz erledigt? Nein Wo? Hier! Ah, endlich! Killer! Ja? Nein Äh, ich geh grad Was ist mit mir? Bleibt allein Ich geh nämlich auf Okay, cool Nee, ich bleib jetzt Ich sterb nicht Nee, Salz ist noch nicht abgehakt Du bist abgehakt Und Salz Wie heißt die? Crucifix haben wir Haha, die Loser, ich bin grad draußen Was für Loser Die Kegis, aber Der kommt die bestimmt nicht holen Naja, Shine, du stirbst jetzt Shine hat 0% Ich wette eine Sanity Pillenpackung, dass Shine jetzt gepillt wird Naja, okay, dann guck Du wirst das ja sehen Wenn die durch dieses Tor geht, dann Aber bisher lässt sie sich nicht blicken Guck mal wie er da steht, der Honk, guck ihn dir an Da steht er Der Honk Sonst immer so groß tun Sonst immer so groß tun Ja, und jetzt versteckt er sich Ja, jetzt macht er nicht mal mehr die Tür auf Was haben wir denn nochmal für Sachen jetzt eigentlich gehabt? Oh, langweilig eh Fingerabdrücke? Äh Ehm 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 Genau, Ehm Fingerabdrücke, Gefrier Die hat mir in Sorge auch Ähm Salz Okay Also ich bring doch Salz Äh, es fehlt nur noch das dreckige Waschbäcken Salz ist abgehakt Ja, das ist unmöglich hier Das schaffen wir eh nicht, kommt raus Oder wir fahren einfach ohne euch Ja Ja, wir fahren einfach jetzt schon mal los Ich hab Hunger Ich will Zeit Essen Scheint einfach dahin, wo der Rauch ist Ah, wir haben gespendet, ne? Benji Benji Arsch ich nicht Benji haben wir Fingerabdrücke, IMF, Gefriertemperatur, dachte ich Benji, ja Ja Ah, ich dachte das wäre ein Box gewesen Hätte ich mal gespendet Was machst du da? Damit du weißt, wo du lang musst Also die paar Mikrofone haben wir doch noch nie benutzt, oder? Ich weiß auch nicht, wie man sie benutzt Also Ich glaub man kann in die Richtung gucken und dann orten, wo die sind Randy Orten Habt ihr ausgewählt Habt ihr ausgewählt? Lass mal nur die benutzen Benji, habt ihr ausgewählt? Yes Ja 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 Noll Du bist ne 0 OOOH 1976 210 Dollar nice Ich habe die Stroms bereit für dich.